Wenn Sie soweit sind, öffnen Sie die Augen. Wir machen Fortschritte bei unseren Sitzungen. Sie sagten, die Flashbacks hätten aufgehört. Das ist ganz ausgezeichnet. Aber ich bin besorgt, weil Sie sich immer noch zu Hause verkriechen. Es ist wichtig, Schritt für Schritt wieder nach draußen zu gehen. Spaziergänge? Suchen Sie sich ein Hobby? Eine Frau Ihres Alters sollte neue Horizonte erforschen. Sie sollten sich um sich selbst kümmern. Für viele werden solche Traumata zur mentalen Falle. Wie ein Schiff, das im Eis festfriert. Es gibt noch eine andere Art von Menschen. Wissen Sie, was aus denen wird? Miss Croft? Wir werden alle unserer Bestimmung folgen. Menschen, die wir relai. отzeichnen. Was ist eine Shakespearezone die towerer, Und das ist eine sehr gute Heb cocoa. Sie sind früher. Sie sind ein Schiff, das ist ein Schiff. Mattea kommt im Skiff.